Hallo Leute, ihr da draußen, es gibt Neues aus meiner Bastelstube. Es gibt ein neues Hobby, Modellraketen. Modellraketen bauen, umbauen, es ist eine Vielfalt von Möglichkeiten, die uns da geboten wird. Und ich fange heute an mit Teil 1 und sage einfach, lasst euch überraschen, lasst euch inspirieren. Wenn euch der Artikel gefallen hat, Daumen nach oben. Dankeschön. Hallo Leute, ihr wisst ja, dass ich ein bisschen experimentierfreudig bin. Ich will heute mal eine Silvester-Aktikete, eine Dame hochschließen. Hier war ein Feuerwerk drin. Da kommt in der gleichen Grammzahl ein Dummy rein. Und ich spitze wieder drauf. Und dieser Dummy, da soll später mal, wenn alles gut geht, eine Videokamera dran. Ich hoffe, dass sich das Teil wiederfindet. Ansonsten kommt ja noch ein GPS-Träger dran. Also, wir probieren es. Jetzt, wir kommen. Cool. So, ihr da draußen. Zweiter Tag, zweiter Versuch. Gleiche Rakete, nur die Treibladung etwas verändert. Von einer anderen Rakete abgebaut. Zeige ich euch gleich mehr. Es ist, ja, windstill. Und wir hoffen, das Versuch 2 auch klappt. Dann können wir irgendwann mit der Kamera anfangen. Oh, scheiß. Cool. Versuch Nummer 3 heute. Aber dieses Mal mit Kamera. Aber immer noch ein Dummy für den Silberwegen. Und ich bekomme wieder Hilfe. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal.